Hallo Pflanzenfresser-Rinnen. Ja, zwischendurch mal ein ganz kurzes Verlosungsvideo, denn ich habe hier dieses T-Shirt, Pflanzenfresser, gibt es auch in meinem Shop zu kaufen und ja, Dietlind möchte es nicht mehr haben. Deswegen habe ich gedacht, bevor ich das jetzt in irgendeine Altkleidersammlung gebe oder an die Kleiderspende, wo es dann vielleicht verrottet oder es niemand haben will oder es irgendwer anzieht, der... keine Ahnung, weiß ich nicht. Deswegen habe ich gedacht, dass ich das lieber verlosen würde. Und ja, das ist natürlich jetzt eine feste Größe. Das war also dieses Frauen-T-Shirt, also auf Spreadshirt, so bei Unterkategorie Frauen und T-Shirts, Größe S. Also wenn ihr weiblich seid, Größe S tragt und gerade dieses Video schaut, dann schreibt einfach mal in die Kommentare Pflanzenfresser. und dann werde ich das unter denen, die das geschrieben haben, ganz einfach auslosen, euch anschreiben und euch dann zuschicken. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ja, viel Glück und bis zum nächsten Mal. Tschö.